hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir eröffnen am tag vor dem dritten advent auch das adventskalendertürchen wir haben samstag den 10. dezember ist klar und beim ersten penny adventskalender kommt der kirche zum vorschein bei dem zweiten adventskalender den es im penny gibt kommt was also das schokoladenstück kann man nicht richtig erkennen was es ist lassen wir mal dahingestellt sein bei dem minions adventskalender stop da war ja was dann gab es ja sowohl im penny als auch im aldi ich habe mal beim pennykult muss mir hier runter gehen und da kommt jetzt was es kommt nicht so viel zum vorschein außer pistole warum immer so bei dem kaufland adventskalender muss man da das tüchen öffnen es ist ein engel auch noch mal hier deutlich zu sehen heute in zwei wochen ist ja heiligabend denkt dran bei dem häusler adventskalender müssen wir unten rechts gehen was kommt da jetzt wenn man es nicht erkennen kann es ist eine ente so wir kommen jetzt zum tatsächlichen aldi adventskalender müsst ihr dasselbe drin sein wie in den minions und es ist tatsächlich so damit sage ich jetzt mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen am dritten advent